Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück zu Far Cry Primal! Was gibt's denn hier wieder zu tun? So, wohin gehen wir? Wir haben in der letzten Party diese riesige Höhle abgeschlossen. Das kann man machen. Ah, geht's hier eh noch draußen? Ja? Tageslicht. Abenddämmerung. Abenddärmin? Abenddärmin? Au, süx- Ja. Abenddärmin? Abenddärmin? Rest! Very fit. Was ist das? Leoparden. Uh, quer ver se é um jantar. Wow, hier sind viele Leoparden. Oh, shit. Ich bin ein wenig. Oh, oh, wie dann? Oh, wie dann eine Wicht. Oh, shit! Ups. Ui, da brennt's. Wieder einen erwischt. Weil es einen nicht markiert. Oh, wow. Phew. Wow. geschafft wir haben es geschafft war gar nicht so einfach viel ich muss die jäger da durchverlangen ist als sieht Oh, da ist noch einer. Das ist natürlich schon hier oder? Ne, das ist eine Sackgasse. Wie komme ich denn da hoch? Ah, hier. Oh, die ist echt hochgelegen, die Höhle. Oh-oh. Alles klar. Dankeschön. Hm. Okay. Okay. Achtung. Eine Lade-sequenz mal. So was. So was. Entkommen aus der Höhle. Super. Dann hätte ich gar nicht das reingehen sollen, oder? Ja. Keine bösen Dinge hier drin, wie es aussieht, aber... Knochenbäume. Oh. Das habe ich da gerade gesehen. Okay. Ich habe mich wohl getäuscht. Egal. Wir haben wohl nicht nur Wenya, sondern auch Udam schon gelebt. Oh nein, hier sind Udam. Wir sind Udam. So sieht's aus. Wir sind Udam. Oh. Oh. Weiß Fisch. Weiß Fisch. Jede Menge gleich. Da ist noch irgendwo einer. Oh, ich habe mich verloren. Oh. Also ja. Ah. Kann ich auch genau alle rufen. Ha. Jetzt habe ich dich. Ui, der ist groß. Da hinten ist noch einer. Das gibt's ja nicht. Vier gleich von denen hier drinnen. Was ist das jetzt, ja? Okay. Es wäre Licht. Oder auch nicht. Okay. Nein, nicht. Anderes Becken. Ist ja auch wieder irgendwas drinnen. Hier kann ich nachher vermutlich nicht wieder raus. Was ist sicher? eventual nicht. Wir werden auf dem Was. Die sind gut an. Schatten, weiter raus! So, und wohin geht es jetzt weiter? Von da ist es übergekommen. Können wir Licht machen jetzt eigentlich? Nein, auch immer kein Licht. Es ist jetzt schon ein bisschen dunkel hier drin. Ich sehe auch nicht, wo ich hin muss jetzt. Vielleicht müssen wir unter Wasser weiter. Hm, vielleicht auch nicht. Mann, das gibt es nicht. Tja, Freunde, keine Ahnung, wie ich hin soll, ehrlich gesagt. Ich sehe auch fast nichts. Es ist ja mal hier wieder arschdunkel und man kann nicht mal Licht machen. Hier bin ich bei dem einen Typ. Aha, okay, hier sind wir doch nicht gekommen. Mann, gut, von hier hin. Wie soll ich mich hier hochziehen? Ach, hier. Ach, hier. Wie, ich gehe, hier. Hm, ich gehe, hier. Er macht's, ich gehe, hier zu, ich gehe, hier. Ich gehe, hier. Jeder hat ein Ding. Oh, oh. Hier weiß ich doch gleich. Hier ist ja nicht. Doch, sie pueblo. Beißfisch, Beißfisch, Beißfisch. Was war das für ein Geräusch jetzt bitte? Alter. Großartig, jede Menge Beißfische dort. Wie soll ich an denen vorbeikommen, bitte? Ohne, dass die mich fressen. Ah, Insel. Zwei haben wir erwischt. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Fisch irgendwo. Da hat er den anderen Fisch gefressen. Ohne, 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 ohne. Ohne. Was ist das? Prozent Prozent Euro die Linie wird nachher dann ist auch der Partie wieder zu Ende durchschauen die Führerspläne herauskommen wenn ich um mir in erster Linie überhaupt reingegangen sind, aber gut, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal, ciao!